Nominiert für den Zeitleo-Weltretter-Wettbewerb 2017. Die Klasse 6b des Europäischen Gymnasiums Bertha von Suttner. Wenn im Sommer die Menschen im Freien mit den Armen zu rödern beginnen, liegt das meistens daran, dass sie Wespen verscheuchen. Denn gegen die kleinen Störenfriede war bislang kein Kraut gewachsen. Das allerdings hat dieses Projekt geändert. Denn die Gruppe hat ein Spray entwickelt, das Wespen von unserem Essen fernhält, ohne ihnen dabei zu schaden. Besonders überzeugend fand die Jury, wie tief die Klasse in die Forschung eingestiegen ist. Die 20 Schülerinnen und Schüler haben nicht nur viel über Wespen gelernt, sondern auch die natürlichen Inhaltsstoffe des Abwehrsprays genauestens recherchiert und geschmacklich getestet. Am Ende gab es für das Spray Stopp-Stich sogar noch ein eigenes Lumpen. Ein Projekt, das beweist, dass man unliebsame Begeiter auch mit friedlichen Mitteln auf Distanz halten kann.